hallo ihr lieben und willkommen zu einem neuen spezial reading und einer besonderen rückschau ja anlässlich dessen was gerade oder gerade das letzte jahr in der weltgeschichte passiert ist möchte ich heute zum anlass nehmen und mit euch einiges anschauen was ich mit euch anschauen möchte ist tatsächlich noch mal rückblickend wo standen wir vor einem jahr als der krieg in der ukraine begonnen hat wie waren da die konstellationen im maya kalender und vor allem möchte ich dann auch mit euch karten ziehen beziehungsweise ich habe sie schon gezogen dass wir schauen was soll uns das vergangene jahr jetzt dann auch mitgeben an informationen aber bevor wir damit starten ihr seht es schon ich habe hier eine weiße kerze als eine art friedenssymbol und das möchte ich mit euch jetzt entzünden einfach dass wir das mitnehmen in die informationen die jetzt dann gleich kommen und was ihr alles sehen dürfte ja wir spulen mal ein jahr zurück und gucken uns an wo standen wir da im maya kalender und ich habe mir da die energien einfach mal angeschaut so die letzten tage bevor das alles begonnen hat und da ist mir ein was aufgefallen dass wir wirklich in einer welle waren wo es um das krieger ich ging wo es auch um feuer energie geht und wo man wirklich merkt auch wenn man dann so die konstellationen anschaut der tage bevor es da losging dass das sich schon so einiges angedeutet hat da ging es wirklich auch darum dass man gesehen hat oder sieht anhand der energien die da waren aus dem maya kalender dass da gewisse entscheidungen waren dass da gewisse personen ich will da politisch gar nicht detail tief reingehen sondern einfach euch einen überblick geben dass gewisse personen entscheidungen getroffen haben dass da auch überwiegend energie mit dabei war die auch von den ahnen kam aber wo man sich auch der dunklen seite stellt wo man wirklich guckt und dann tatsächlich als der tag x im letzten jahr begonnen hat war es eine energie wo es auch um schlangen energie geht wo wir oft auch von der kundalini sprechen aber diese schlangen energie ich glaube das muss ich nicht verdeutlichen was das bedeutet was das andeutet was da zum vorschein kommt spannend ist die maya welle die wir da hatten ich habe schon gesagt da ging es viel darum dass man dem krieger ich sich stellt das schleier gelüftet wurden masken gefallen sind da ist es auch viel darum gegangen dass man schaut wo es alter schmerz auch da möchte ich politisch gar nicht so weit eingreifen da darf sich jeder von euch selber die meinung machen und ich weiß jeder von euch hat seine eigene meinung dazu deswegen wie gesagt politisch will ich da gar nicht diskutieren sondern euch einfach aufzeigen was da alles an energie geherrscht hat denn da ging es ganz intensiv darum wenn jemand an alten schmerz festhält dass es in dieser welle die damals war dass man schwierige zeiten erleben wird und das hat natürlich einfluss gehabt auf all die entscheidungen die natürlich auch getroffen worden sind um diesen krieg zu starten wenn ich da jetzt noch ein bisschen genauer in die letzten drei vier tage vorher einsteig das sieht man dass es um schubkräfte ging dass da ganz viel was vorher im kopf zusammengebraut war immer mehr in eine eine klarheit wurde ganz klar in pläne die in umsetzung kommen und dann natürlich auch noch mal es ging viel um kommunikation da war zwei tage vorher noch ein portal tag wo sicherlich noch mal etwas möglich gewesen wäre zu verändern wo es um heilung auch ging also da wäre es sicherlich ja einiges anders gelaufen wenn die zuständigen entscheider ich mal ganz neutral gewusst hätten was sie da los treten man sieht dann auch es ist noch intensiver verdichtet worden am tag davor wo ganz klar vieles gezielt noch mal entschieden wurde noch mal verfeinert wurde um dann am tag x tatsächlich in diese energie zu gehen und der tag x der stand unter dem zeichen dass man feuer und flamme ist für das tun was man tut vielleicht wird euch jetzt auch klar die entscheider die den krieg ausgelöst haben die dann wirklich hier tatsächlich begonnen haben feuer und flamme zu sein die angefangen haben und das war die tagesenergie an diesem tag wie ein künstler an ihrem projekt zu arbeiten also wenn man das heute ein jahr später anschaut dann ja ist das schon ein besonderer blick vor allem der tag danach nach diesem tag x der steht für tot und wiedergeburt ein ewiger kreislauf eine wandlung altes wird losgelassen neues darf entstehen eigentlich eine sehr positive energie aber doch haben wir und wissen wir heute gesehen dass da sehr sehr viel leid und viele viele dinge tatsächlich passiert was ich hier sehr spannend findet ist natürlich auch wo stehen wir heute ein jahr danach und ein jahr danach ist der tag der das einjährige darstellt auch ein portal tag ich glaube noch mal eine wichtige information dass man einfach seinen eigenen blick schärft ihr merkt schon ich spreche viele dinge neutral an eben ganz bewusst und das möchte ich noch mal wiederholen jeder von euch soll sich eine eigene meinung machen jeder von euch darf sich eine eigene meinung machen und das ist so wichtig und das ist auch mir besonders wichtig damit ihr wirklich für euch entscheidet wie steht ihr zu einzelnen dingen die da geschehen und deswegen ganz neutral alles formuliert rückblickend für das letzte jahr jetzt wollen wir natürlich auch auf die karten schauen denn die karten die ich gezogen habe war ganz klar die frage an die geistige welt was soll uns das letzte jahr zeigen was sollten wir lernen was sollten wir verstehen und da habe ich die geistige welt um informationen gebeten und das sind die folgenden karten für uns gekommen ich habe es gerade schon gesagt lernen ja das ist direkt die erste karte es geht um lernen es geht um verstehen es geht davon dass man viele lektionen des lebens bekommt ich glaube tatsächlich ja gelernt haben wir alle im vergangenen jahr und wenn wir detail tiefe in diese karte gucken heißt es natürlich auch dass das leben uns unerwartete lektionen bringt dass dinge die wir nicht gedacht hätten eingetroffen sind dass situationen gekommen sind die wir auch nicht für möglich gehalten hätten also all das kommt hier zum vorschein und ja es geht auch darum dass man tatsächlich dann seine ansichten die man hatte auch noch mal anschaut und ich glaube das gilt für uns alle vor einem jahr die ansicht heute die ansicht schau das mal für dich an was hast du vor einem jahr gedacht als die nachrichten kam dass da ein krieg in europa ausgebrochen ist welche gefühle hattest du und wo stehst du heute beantworte dir das selber ganz persönlich ich glaube da wirst du eine ganze menge an informationen für dich herausziehen können die zweite karte die für uns gekommen ist was sollen wir lernen da sehen wir es geht um führungsqualität und das schöne ist an dieser karte da sieht man unterschiedliche tiere man sieht den weg der hier entlang geht und ja auch diese karte sagt nochmal dass jedes leben oder das leben generell ein lehrstück ist dass wir lernen dass wir aber auch von anderen lernen und hier geht es darum wie authentisch ist man wie weit steht man zu seinem wort und wie weit ist man ein beispiel für andere menschen diese karte spricht auch davon dass man wirklich schaut wie viel tapferkeit hat man im leben und ich glaube tapferkeit das haben wir gesehen wer tapfer ist seit einem jahr also das darf man sich wirklich mal auf der zunge zergehen lassen und hier sagt die dich diese karte auch ganz bewusst sie spricht davon dass es oftmals die erfahrungen die wir machen von gewonnenen aber auch verlorenen schlachten geht also ja jetzt nimmt das mal für dich seit einem jahr da müssen wir nicht von schlachten reden aber was hast du gewonnen was hast du verloren was ist passiert in diesem einen jahr mit dir mach dir das wirklich mal ganz ganz besonders bewusst und schau auch auf die vergossenen tränen schau auf all das was passiert ist und schau was es mit dir gemacht hat wichtig ist und das ist die botschaft ebenfalls von dieser karte dass wir in liebe handeln sollen dass wir auch menschen bewundern dass wir menschen respektieren dürfen und ja das ist wirklich eine schöne schöne botschaft die hier mit schwingt wir schauen auf die dritte karte und die dritte karte da kommt der kobold mit ins spielen und der kobold spricht von der angst angst ist eine illusion und gerade angst mit der angst von vielen von uns wurde im letzten jahr sehr sehr viel gespielt auch da will ich gar nicht in details gehen wer wann wo wie was gemacht hat und ich glaube das kann jeder für sich selber beantworten da geht es wirklich darum zu gucken okay wann ist deine angst geschürt worden wähle auch hier immer wieder die liebe sagt diese karte seid ihr bewusst die liebe zu wählen gehe in liebe und ja diese illusion angst die darfst du von dir schieben wichtig hier auch und das zeigen die kobolde die karte ist etwas dunkel dass wenn die kobolde kommen dass wir unsere eigenen schatten themen ganz bewusst gezeigt bekommen dass wir in positionen manövriert werden wo man oftmals vielleicht auch nur noch reagieren kann auch das ihr wisst es alle manche dinge momentan da können wir gar nicht anders wir sehen es ist alles teuer geworden man kann nur reagieren ja und das das zeigt uns das hier aber wir wissen und sehen es geht um lernen es geht auch um führungsqualität und führungsqualität bedeutet für mich auch dass wir natürlich sehen werden wer wird welche entscheidungen treffen auch von unseren politikern vieles gehört dazu aber bitte macht da eure eigenen gedanken das wiederhole ich jetzt ganz ganz oft weil das ist mir gerade bei diesem reading ganz ganz besonders wichtig wir gucken und schauen weiter wir bekommen natürlich noch mehr karten und die nächste karte die wir bekommen das ist die karte jen die karte jen sie steht für das weibliche prinzip und das ist eine karte die sagt sei bereit sei gelassen und schaue tatsächlich das geschehen an und sei bereit für alles was kommt wichtig mit der karte jen ist auch dass man seine seine ganze träumen ideen nicht auf eis legt sondern dass man sich bereit macht dass man dinge bewusst auf sich zukommen lässt dass man offen ist für alles was zu einem fließen möchte und ja hier dürfen wunder geschehen diese karte spricht auch von gewissen wundern die sich hier offenbaren dürfen und das was wir weiter sehen und das wundert mich tatsächlich nicht dass auch diese karte gekommen ist das ist die karte flaschenpost und flaschenpost das ist immer kommunikation 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 und auch zeichen das sind omen das hat immer auch mit dem göttlichen prinzip zu tun da geht es auch darum dass wir bitten dürfen dass wir uns an die geistige welt wenden dürfen und ich glaube tatsächlich im letzten jahr rückblickend dass da viele 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 dinge nach oben geschickt wurden und das einiges hier tatsächlich losgeschickt worden ist aber die karte fordere dich auch auf dass du tatsächlich auf zeichen schaust auf auf botschaften signale die dir zeigen ja du bist gehört worden und ja da darf ja manchmal eben auch ein kleines wunder geschehen die nächste karte die wir haben das ist die schlummer stunde und die schlummer stunde da haben wir den mond und den fuchs zeigt natürlich auch es hat mit erholung erneuerung zu tun auch dazu sich auszeit zu nehmen und diese karte die sagt uns ganz klar was hat es uns im letzten jahr gezeigt manchmal müssen wir einfach abschalten abschalten und dinge hinter uns lassen dass wir den kopf frei bekommen dass wir vielleicht auch manchmal zur ruhe kommen gewisse auszeiten für uns haben um eben wieder powerful zu werden um uns immer mehr tatsächlich wieder zeit zu nehmen um mit uns selber innerlich verbunden zu werden damit wir uns selber wieder spüren und ja ich glaube tatsächlich da ist allerhand passiert und einiges hat sich da auch gezeigt die botschaft die wir jetzt noch bekommen das ist die karte vertrauen und die karte vertrauen sehe ich gerade ihr seht den text gar nicht mehr also schieben wir das ganze ein bisschen hoch vertrauen bedeutet tatsächlich glaube an dich selbst vertraue auch darauf auf den göttlichen weg und bitte auch um unterstützung für deine ängste auch das und ich glaube ja die botschaften die wir nach oben geschickt haben das war ganz oft und in diesem vertrauen zu bleiben ist manchmal schwer gefallen je nachdem wo man im letzten jahr natürlich hingeschaut hat hast du nur auf gewisse medien geschaut die nur geschossen 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 haben geschossen im sinne von nachrichten die ängste ausgelöst haben dann hat ein das natürlich echt kirre gemacht irgendwann und ich glaube wenn man sich da ein bisschen auch rausgenommen hat und bewusst entschieden hat wo möchte man welche informationen beziehen dann ist man im letzten jahr sogar relativ gut gefahren um sich bewusst mit informationen zu versorgen aber eben bewussten informationen und nicht hier angstschürenden informationen was ich sehr sehr spannend finde ist dass wir die nächste karte bekommen haben nämlich die karte romantik das ist eine karte wo man eigentlich von spricht dass man die bedürfnisse nach einem liebespartner erfüllt bekommt wo ich sage warum kommt das jetzt hier aber natürlich logisch denn gerade in not situationen und not situationen das sage ich jetzt mal pauschal weil jener nachdem natürlich in welchem land man ist mit was man konfrontiert worden ist hat man auf einmal gemerkt auf wen kannst du denn vertrauen auf wen kannst du bauen und das fällt für mich auch unter diese karte das heißt ja nicht immer dass ein neuer liebespartner kommen soll natürlich wenn der gekommen ist dann ja aber die karte hat einen entscheidenden impuls der hier dabei ist und der sagt dass wir wirklich auch eine sehnsucht des herzens nach liebe haben und liebe das ist auch eine energie die eben sagt hey liebe licht liebe das ist auch frieden der hier mitschwingt und das ist genau das was wir hier natürlich sehen was ich noch sehr sehr schön finde und das passt einfach zum wochenimpuls jetzt auch für diese woche ist diese karte der entfaltung gekommen ja im wochenimpuls hatten wir die entfaltung jetzt kommt sie auch hier da geht es um unser wahres selbst dass wir strahlend sind dass wir leuchtend sind und dass wir uns selbst zeigen und dass wir uns nach dem herzen ausrichten und jetzt schaut mal hier haben wir es noch gehört die sehnsucht nach liebe und wenn wir alle liebe ausstrahlen das ist eine ganz ganz tolle energie das ist eine energie auch so dunkles weg zu fegen positives zu erzeugen ihr lieben wir hatten jetzt einen rückblick welche energien wir im vergangenen jahr hatten als der krieg begonnen hat auch hier die karten was wir lernen was wir verstehen sollten mein anliegen war dass du mit dem ein oder anderen gedankengang und vielleicht mit ganz viel licht und liebe aus diesem reading heraus gehst und weiter dein licht deine liebe nach oben hältst um eben die erde die menschen zu unterstützen ihr lieben ich schicke euch ganz ganz viel licht und liebe aus meinem herzen und in diesem sinne namaste